Ich glaube, wir sollen die Account auch einzeln nachladen hier, mit links und rechts. Also, die soll ich erstmal abschneiden. Oh, jetzt geht das los! Ist das Hammer! Ist das der absolute Mega-Burner? Ist das geil! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Next-Level-Gaming ist das. Absolut. Oh, und jetzt gleich schon mit Schrotflinten hier. Hammer! Oh, Hammer! Ich denke mal, gleich geht. Ich muss hier erstmal was abschießen. Ist das geil! Also, das Motion Capturing, auch die Kalibierung der Pistole ist 1 zu 1. Das funktioniert hundertprozentig. Ich kann nichts Gegenteiliges sagen. Das ist wirklich, als würde man die eigenen Hände hier benutzen. Die sind noch nicht geladen. Da hinten, glaube ich, genau. Da muss ich aufschießen. Vielen Dank, Mediamarkt! Der Amazon, dass er mich gebacken gekriegt hat, musste ich das denn bei Mediamarkt machen? Ist das geil! Boah, Hammer! Ich würde ja jetzt mal gucken, was ich da... Ich muss, glaube ich, auf das Schwein schießen, ne? Oder? Also, gar nicht schlecht mit dem Controller. Funktioniert das auch richtig gut. Ich denke mal, die... Ich muss mich hier überall umgucken. Oh, ist das... Also, richtig cool. Das Tracking funktioniert 1 a. Oh! Alter, ist das Hammer! Ist das Hammer! Oh, ist das Hammer! Ich kann mich gar nicht... Ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist wie eine Geisterfahrt hier. Ho, 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 ho! Ja, genau. Wow! Ist das der Oberhammer, das Spiel. Oh, krass! Oh! 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 Jetzt ist es ziemlich dunkel, ich kann euch nur empfehlen, ich kann euch nur empfehlen, spielt das auf Dolby Digital, lasst die scheiß Kopfhörer weg, das ist der Hammer. Auf Dolby Digital killt das, scheiß auf Kopfhörer, ist das Hammer, falls man mich eben nicht verstanden hat, also Leute, auf Dolby Digital hören, im Wohnzimmer nicht die Kopfhörer aufsetzen. Hammer. Wow. Geilomat. Oh. Geilomat. Cut. Oh. Oh. Schockblatt! Oh! Ist das geil. Hammer! Oh! Hammer! Yeah, baby! Ist das der Mega-Kroner? Echt geil. Mega geil. Boah, alter Schwede! Boah! Oh, nein! Krass, 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 krass. Ist das geil. Ist das geil. So, ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen. Finde ich also auch eine super Idee, dass Sony hier in dem Headset noch ein Mikro verbaut hat. Dann spart man sich eventuell... Ich muss mal gucken, wie der Ton ist. Spart man sich eventuell auch die Aufzeichnung mit dem extra Mikrofon, wo man mit dem Headset eh dauernd gegen donnert. So, beginn. Ja, das ist die amerikanische Version hier. Sehr schön. Ocean Descent. Das nehmen wir. Das kriegen wir, das Shark Encounter kriegen wir nicht. Der Angriff, der Hai-Angriff. Nehmen wir mal White Life Tour. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja auch gleich ein bisschen mehr machen hier. Das Hübsche ist ja, man kann jetzt mit der Playstation seit dem 4.0 Update auch eine halbe Stunde, sogar eine Stunde aufnehmen. Eine richtig coole Sache. Wer braucht da noch eine Elgato? Keiner. So, und da sind wir schon angelangt. Meine Güte, ist das hübsch. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ich habe also gestern die deutsche Demo gespielt, dass die amerikanische Demo etwas besser ist hier. Mein Gott, sieht das schön aus. Ja, ich halte jetzt auch ein bisschen mein Brabbel, genieße das einfach. Boah, man kann sich ganz umschauen hier, das ist. Da ist ein Krebs, ein großer. Boah, ist das schön. Solche Spiele werde ich lieben. Ich hoffe, da kommt noch mehr von. Wow. Wow. Könnt ihr euch ein bisschen zurücklegen und entspannen. Man trägt also hier auf dem Kopf dann auch noch eine Lampe, eine Beleuchtung. Das ist auch super durchdacht, die ganze Geschichte hier. Der absolute Clou wäre jetzt noch, wenn wir hier noch drauf tippen könnten. Vielleicht patchen sie das noch irgendwie nach. Wow. Ja, mein erstes kleines Resümee, was ich so nach einem Tag sagen kann. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Gelegenheit gehabt, das Ganze hier auszuprobieren. Aus Zeitgründen. Und es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Auch als Brillenträger ist das eine klasse Sache hier, die Brille. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann auch mit der Pro dann läuft. Sicherlich noch wesentlich besser. Wow. Aber Thales grüßen. Echt schön. Wow. Da kommt noch mehr unten. Wow, alles voll. Das ist wirklich schön. Klasse. Wow, ich bin absolut geflasht. Das ist absolut genial. Ja, meine Lieben, das soll es auch fürs Erste gewesen sein. Es wird noch einiges mehr kommen auf diesem Channel. Ich bin gehypt. Diese Brille ist wirklich klasse. Da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Es ist jede Menge Kabel. Das kann ich euch sagen. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich hier gebraucht habe, um allein schon die Kabel einigermaßen zu verlegen. Die Kabellage ist wirklich etwas nervig. Aber das ist nun mal so. Da muss man mit Leben dann. Mit vielen Kabeln. Aber der erste Eindruck ist wirklich positiv. Kann ich nicht anders sagen. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann. Und schaut. Haut rein, ihr Lieben.